Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Grand Adventure und wir machen, da ist ja gar nichts, ok dann gehen wir jetzt zur World Map Alabaster Kingdom Krokodile ist hier in Alabaster Yes Captain, Krokodile und Nico Robin plus all the barrack works Goons And that's not all, Starheads hiding out there too They are all dangerous pirates, we can't stop for a minute Tashigi, let's find them, for the Navy and for justice Ok Then let's start this, Starge Ok, was können wir aus Was ist da, wie war sie? Moment 14, ok, gut Sollte ich wissen Ja Moment, können wir vielleicht noch mit Seth kämpfen, aber mit sonst niemand Ok, jetzt kann ich da über Gear Force reden Oh, ist das cool Und seine Attackennamen, also von Luffy rede ich natürlich Die Namen von seinen Attacken, die muss ich noch nachlesen Er hat einige komische Namen dran gebracht Erst dachte ich, alle Namen hätten jetzt irgendwie Kong vorne dran Das wäre auch cool geworden Oh, fuck Na, damit Aber nö Sind wohl irgendwelche Waffen I think I really don't know Auf jeden Fall machen wir sie gerade gut fertig Und A, B, A, X, B, B Ja Ne, brauchen wir nicht Ach, ich brauche zu lang Bist du schnell Simple as that Oh nice, alle unsere Attacken sind gerade Armored breakend Bam Ich bin echt gespannt, was Luffy noch mit Ähm, der Fähigkeit macht Und wieso er sich nicht sofort eingesetzt hat Weil, naja Damit hätte er weniger Probleme mit Don Flamingo gehabt Ich denke mal, es gibt einen Grund, wieso er das nicht einfach so einsetzen kann Uh, Level 14 Noch ein bisschen mehr Attacke So Princess Vivi of Alabasta You're supposed to be missing What are you doing here I've been spying on Barrackworks They want to take over Alabasta I have to stop them Take over the whole kingdom? This is serious Who's the mastermind behind all this? I tracked this assistant, Mrs. Sunday And that's how I found out who it is He's one of the seven warlords of the sea Crocodile What? Crocodile and Nickel Robin? This is worse than I thought Stop messing around They're not gonna stop with Alabasta They want to take over the whole world Puh, but there's hope Other people know about this They're fighting against Barrackworks too They've had my back all this time They? We can't just sit back and let this happen We have to stop them Tashiki, move it Yes, sir All troops, weapons ready Prepare to head for Alabasta Uh, Alabasta, sorry Ja Tadam Ah, das Prinzip von Gear 4 ist halt richtig geil Da hat sich Luffy mal wieder selber übertroffen Level 14 oder Level 14 Dann kämpfen wir mal gegen Lysop Mit mehr als 50% HP zu gewinnen Ah, it's those Navy guys again Enough of the smokey If you wanna fight, let's fight Okay As you wish Ich probier's einfach mal mit Smoker aus Vielleicht klappt's ja, aber Wir sind stark underleveled Ich hab nicht wirklich irgendwie Hoffnung oder sowas Da-da So Oh, Luffy ist Lysop ist richtig Ja, Lysop ist richtig Äh Boah Schnell, wollte ich sagen Ich komm gerade nicht dazu, irgendwas zu machen Das ist der Problem Das ist der Problem Ah Geh weg von mir Und Thank you Ah, nice Oh Bam Cool Attacke Oh Das war sogar Armour-Break Glaube ich Gehen wir's nochmal Aber wenn er mich einmal trifft, bin ich tot übrigens Auch Ja Hm Hm Ich seh da irgendwie Hoffnung Ganz, ganz, ganz leichte Hoffnung Und ein leichter Geschmack Nur ein, äh, Nebengeschmack von Hoffnung Probieren wir's nochmal Ich muss als erstes wieder seine Boons hier töten Und ich brauch zu lange, ne? Oh, oh Ah Ah, ah, ah Oh, no Ich kann nix machen mit ner umgetretenen Steuerung Ich war da schon immer sehr schlecht drin Aber in dem Fall Ah, okay Lose Lose Ja I know We try Bam, badam, bam, bam Wer? Ah Oh, ich kriege einfach so viel Schaden Pff Ne, wenn ich einmal, äh, gelockt bin Ist es aus Na gut Dann Nein Nein Did I win? Lose Hm Leider falscher Charakter Okay Probieren wir nochmal Zef Nein, probieren wir gleich Auch hier Bam Ja Aus Screen Training Dass ich schon so lange vor mir her schiebe Mehrere Jahre Nein Oder Ist es mehr als ein Jahr her Doch Können wir sogar sein Naja Keine 2er Okay, nice Was haben wir jetzt? A, B, A, B, A, 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 X, X Auf damit Nein, 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 nein Oh, nice Das hat ordentlich Damage gemacht Oh, ach Du machst das Ach, du machst das Also ich schaff das auf jeden Fall Aber nicht Ah, wenn ich mich von dem treffen lasse Nein Dankeschön Oh, man Ah, nice Sehr gut Äh, mit mehr als 50% HP Hat es nicht ganz geklappt Aber sonst Haben wir es geschafft Ja Bam, bam, bam Ich habe es ja schon mal gesagt Wir sind glaube ich etwas drüber Um alle Bonus Ziele Äh, etwas drunter Um alle Bonus Ziele zu erfüllen Hier ist schon kein Hustle Lauter der Ah, der Navy What? Äh, Chopper auch noch? Okay Äh, dann bleiben wir bei Mihawk Because why not? Ah, auch Level 14 Okay Und jetzt Der kommt wahrscheinlich mit den Tieren an Nein Ah Ah Bist du Ah, nice Ich kann ihn also abwehren Was war es nochmal? Ah, XXR Oh Gott Oh Gott Das war aber Frame-perfekt ausgewichen noch Au Hör auf mich zu vergiften Oh Mann Und Ah Das ist eine schöne Attacke Ah, fuck Und Nein Einmal Ah, fuck Ich war wieder in der anderen Richtung gedreht Wieso passiert das? Wann passiert das? Naja Das hast du Aber trotzdem Okay Ich muss mal versuchen Andere Attacken zu machen Genau Sowas zum Beispiel Boah Das ist zum Beispiel auch eine sehr cool Attacke Ich benutze X fast nie Dabei hat es nochmal genauso viele Attacke Ne Und ich mag die Attacke hier Vor allem weil der Computer nichts damit anfangen kann Oh Bam Ah Ah Nice Ah, da war nichts mehr No Ah, sehr gut Gerade noch so im letzten Moment getroffen Wuhu Schon ein bisschen, ne Dum 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 Cleared Wooden leg Attack up for Seth Denk ich mal Ah Strides Crews sure can run fast Ja Vor allem Lissab ist Und Chopper Auf jeden Fall Hier müsste dann Zorro und Nami kommen, ne Während hier nur Bon Play ist Machen wir den hier noch Bam 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 Den sollten wir mit unserem aktuellen Level noch schaffen Können wir sogar mit Seth mal versuchen Falls wir mit dem nicht schaffen Dann halt in der nächsten Episode mit New York Bam 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 Und dann Opponent's Jump Slow Ist das ein Vorteil Ach Pumaranda Ach Falsche Richtung Man muss hier echt seine Richtung managen Nein Nein Ah fuck Das ist eine geile Kombo irgendwie Oh Bam Er hat's rausbekommen Und er wollte hier gerade was echt fieses machen Haha Aber ich hab's geschafft Okay Cool Wuhu Wuhu Ich bin sogar relativ schnell Ich dachte ich bräuchte mehr Versuche Sehr gut Sehr gut Always a fan of that So Level 15 Sanji Und Und Sanji und Sanji war Alleine glaube ich Na klar Mehr gab's nicht Dann probieren wir's mal aus Mit Mjork Bam Muss auch noch mein Greatest Impact noch mal benutzen Irgendwann I know you You're one of Starheart's crew I'm placing you under arrest Go ahead and try Smokey See how far you get Ha You little punk Haha Achso stimmt Seth wäre vielleicht ganz witzig gewesen Wenn er tatsächlich auch dabei gewesen wäre Bam Wo hab ich mal Ah BB BB So Machen wir das hier mal noch Bam Ah Ah Ich hab doch bereits geschlagen Und Bäm Sanji Managt natürlich wieder Seine Sprünge Sehr gut Danke Ha Durch den Tritt durchgeschlagen Und er konnte nichts dagegen tun Was Bäm 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 Sorry I'm out To lunch Won't be back No you can't get away Okay 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 War allein Gut Dann Würde ich sagen Was ist auch schon soweit Für diese Folge Falls ihr gefallen hat Wie immer liken Falls ihr seht abonnieren Ansonsten Viel spaß Bei meinem Nudel Space Ciao Leute One Piece Grand Adventure Mit не 定 Boil Toil 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 Untertitelung des ZDF, 2020